Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und willkommen zu unserer heutigen Europa am Dienstag Veranstaltung. Mein Name ist Eva Onkels, ich moderiere heute Abend hier und ich begrüße unseren heutigen Gast, Dr. Dennis Lichtenstein zum Thema EU-Bashing, der skeptische Blick durch die nationale Brille. Zunächst würde ich gerne ein bisschen was zu unserer Reihe sagen. Die Europa am Dienstag Reihe existiert jetzt seit ungefähr drei Jahren. Es gibt jeden Monat eine neue Veranstaltung. Es geht immer zu einem spezifischen EU-Thema. Im Dialog mit Experten betreuen ich und meine Kollegen dann die Veranstaltung und lassen Ihre Fragen und unsere Fragen gleichermaßen einführen. Das Ganze ist eine Kooperation zwischen Europe Direct Aachen und dem Europäischen Klassenzimmer, der Rothschalemannia-Bleide sind, wenn nicht gerade Corona ist, im Grashaus. Das ist gegenüber Punkt Dom. Und beide Institutionen sind Anlaufpunkte für alles rund um das Thema Europa und Europäische Union. Da haben wir noch ein wenig was zum Europäischen Klassenzimmer. Das ist nämlich auch Teil der sogenannten Rothschalemannia. Die führt zu bedeutenden Orten in Aachen und beleuchtet Aachen als europäische Stadt und als Stadt der Wissenschaft. Europe Direct gibt es mittlerweile seit 2005. Das ist ein Informationsbüro zur Europäischen Union. Die Mission oder die Aufgabe ist es, Europa den BürgerInnen näher zu bringen. Das Ganze wird durchgeführt von der Stadt Aachen und kofinanziert von der EU-Kommission. Schwerpunkte sind neben dieser Veranstaltung und ähnlichen Veranstaltungen vor allem das Thema Europa in der Schule. Dazu gibt es auch umfangreiches Informationsmaterial. Das ist kostenlos. Das können Lehrerinnen und Lehrer ganz einfach über europedirect-aachen.de bestellen und können das dann auch zugeschickt bekommen. Die nächsten anstehenden Veranstaltungen, ein schneller Überblick. Das ist morgen der virtuelle Besuch bei der EASA. Das ist die Europäische Agentur zur Flugsicherheit oder für Flugsicherheit. Dann am 19.05. der virtuelle Besuch des Europäischen Gerichtshofs. Am 01.06. wird dann die Zentralbank besucht. Und am 08.06. wieder um 19 Uhr findet dann die nächste Europa-am-Dienstag-Veranstaltung statt unter dem Titel der Lobby-Dschungel in Brüssel. Ein kurz etwas zur Technik über das Fragen- und Antworten-Tool, das Sie finden, wenn Sie mit der Maus an den unteren Rand Ihres Bildschirms gehen, da steht F und A, können Sie Fragen eintippen. Die werden dann von mir aufgegriffen und an unseren Dozenten weitergegeben. So, und dann würde ich Herrn Dr. Dennis Lichtenstein noch einmal bitten, sich kurz vorzustellen, seine Schwerpunkte zu beleuchten. Und dann starten wir auch direkt in die Veranstaltung. Viel Vergnügen. Ja, sehr gerne. Also, dann hallo auch von meiner Seite. Ja, ich bin Dennis Lichtenstein. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien und an der Universität in Klagenfurt. Das Institut ist also ein bisschen zweigeteilt in zwei Standorten. Derzeit bin ich aber trotzdem auch vor allem im Homeoffice, das wiederum in Hannover befindet, also geografisch auch ein bisschen verstreut aufgestellt. Gut, meine Schwerpunkte liegen in der politischen Kommunikation. Das ist ein breites Feld. Das geht von Wahlkampfkommunikation bis zu Infotainment und Kritikdarstellung in der Satire. Und ein Schwerpunkt darunter ist bei mir auch, das sind dabei auch Fragen der europäischen Öffentlichkeit und der Konstruktion europäischer Identitäten in den Medienarenen unterschiedlicher Nationalstaaten. Und das wäre im Grunde auch der Anknüpfungspunkt aus meiner Sicht für das Thema hier. Gut, soll ich dann schon mal schauen, dass ich die PowerPoint finde und den Bildschirm freigeben? Sehr gerne. Ich glaube, ich habe aber die Rechte hier noch nicht. Da müsste mich gerade jemand noch mal... Ich gebe das mal eben an unsere Technik weiter. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe es eigentlich so eingestellt. Ich habe es noch mal kontrolliert. Wer kann freigeben? Alle Diskussionsteilnehmer. Wer kann... Ich sehe nur die Meldung. Sie können die erweiterte Freigabe-Option nicht ändern. Haben Sie denn die PowerPoint schon direkt geöffnet? Entschuldigung, hier. Ja. Okay, danke. Gut. Okay. So, dann... Unbeginning. Gut, dann haben wir es. Entschuldigung. Gut, dann können wir starten. Also der Vortrag heißt EU-Bashing, der skeptische Blick durch die nationale Brille. Und es geht vor allem um EU-Kritik in nationalen Medien und Öffentlichkeiten. Und es geht auch um Polarisierungstendenzen zwischen und innerhalb der Länder, innerhalb der EU. Ich möchte den Vortrag gerne mit ein paar Eindrücken aus der derzeitigen Corona-Krise und der aktuellen EU-Kritik beginnen, bevor ich zu ein paar grundsätzlichen Fragen europäischer Öffentlichkeit und auch Prinzipien der EU-Berichterstattung komme. Viele Medien haben die Corona-Krise ja bereits sehr früh als eine gemeinsame europäische Krise definiert, die keine Grenzen kennt, die auch gemeinsames Handeln innerhalb der EU dringend erforderlich macht. Es war im Grunde der Moment, in dem Europa als Gemeinschaft gefragt war, auftreten sollte, sich beweisen konnte. Sie wissen alle, es kam zunächst einmal etwas anders. Genauso wie die Mitgliedstaaten wurde auch die EU-Politik von der hereinbrechenden Pandemie kalt erwischt. Es fehlte an einer Strategie. Und vor allem fehlte es auch an schneller Handlungsfähigkeit. Die Länder hingegen haben völlig unkoordiniert die Grenzen geschlossen, Lieferungen medizinischer Ausrüstung in andere Länder verweigert. Und die EU ließ es geschehen, dass ihre zentralen Errungenschaften, also der gemeinsame Binnenmarkt und auch der Schengen-Raum, auf einmal in Frage gestellt waren. Zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat zu all dem auf EU-Ebene ein irritierendes Schweigen wahrgenommen. Und in dieser Hinsicht stand er nicht alleine da. Von vielen Seiten, zum Beispiel von ehemaligen EU-Politikern wie Jean-Claude Juncker und auch von einer zahlreichen nationalen Regierung kam viel Kritik, wurde die Krise und die Reaktion der EU als eine tödliche Gefahr für die Gemeinschaft gesehen. Der europäische Geist war in Gefahr gewähnt. Und insbesondere die südlichen EU-Staaten wie Spanien, Italien und Frankreich, die von der Krise auch besonders hart gebeutelt waren erst mal, fühlten sich von der Gemeinschaft im Stich gelassen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat auf die Warnung und die Enttäuschung reagiert, mit Kritik an nationalen Alleingängen, mit einer öffentlichen Entschuldigung für das Fehlen europäischer Initiativen zu Beginn der Krise und mit der Ankündigung auf Basis des geplanten Wiederaufbaufonds ein neues Europa zu schaffen. Ein Europa, das resilient sein sollte, nachhaltig sein soll, digital aufgestellt und das es schafft, gesellschaftliche Spaltungen zu überwinden. Nach diesem Moment ging es allerdings mit der Negativberichterstattung weiter, denn bei den Verhandlungen um die Finanzierung der Aufbauhilfen und auch um das dazu verwendete EU-Budget sind erneut die Konflikte zwischen den Ländern aufgebrochen und in den Medien ist wieder das Bild einer gespaltenen Gemeinschaft aufgetaucht und in den Vordergrund gerückt. Auch bei der Beschaffung und der Verteilung von Impfstoffen über die EU hat es harte Kritik gegeben. Es war von einem Impfbasar die Rede einer Zweiklassenunion und öffentliche Zweifel an den Fähigkeiten und den Kompetenzen der EU-Politikerinnen und Politiker sind bis heute nicht abgerissen. Der kritische und zum Teil auch überaus vernichtende öffentliche Blick auf die EU schreibt hier besonders intensiv noch einmal eine Tendenz fort, die wir auch in den letzten zehn Jahren schon häufiger haben erleben müssen. Und zwar nach einer eigentlich sehr langen, erfolgreichen Phase der EU mit Tendenzen der Erfolge, des Wachstums, der Vertiefung über Maastricht, die Einführung des Euros, die Osterweiterung, beschreiben die Medien spätestens seit dem Scheitern des EU-Verfassungsvertrages 2005, die EU vor allem als eine Gemeinschaft in der Krise. Das trifft insbesondere für die letzten zehn Jahre zu, mit der Finanzkrise und der Euro-Krise. Und in mehreren weiteren Disruptionen hat sich die EU vor allem im Sturm gezeigt, von Erschütterungen geprägt und der politische Streit zur EU hat sich intensiviert. Vieles geht dabei auch in den Medien über eine eigentlich erwünschenswerte, kritische Öffentlichkeit zur europäischen Politik hinaus. Also über eine Politik, die Ereignisse auf der EU-Ebene kritisch hinterfragt und Politik kontrolliert. Es wird vielmehr die Systemfrage gestellt. Es wird also der Ausstieg aus dem Euro oder gleich aus der ganzen EU gefordert. Die Legitimität von Kommission und Parlament werden infrage gestellt. Und die EU gilt in der Berichterstattung oft als undemokratisch. Solidarität wird häufig lautstark zurückgewiesen. Und es sind eben häufig gerade die Grundlagen und die Grundwerte der Gemeinschaft, die zur Disposition gestellt werden. Auch zwischen den Ländern überwiegt, zumindest in der medialen Berichterstattung, der Streit. Hier ein paar Eindrücke noch aus der Euro-Krise, wo es besonders intensiv war. Weitere Verwerfungen betreffen die Aufnahme von Flüchtlingen in der Migrationskrise. Auch den Streit um die demokratische Verfasstheit von Ungarn und Polen. Und in der aktuellen Covid-19-Krise geht es dann wieder um das Ausmaß von Solidarität beziehungsweise um die Gefahrgemeinschaftung von Schulden. Dabei ist ja eine Politisierung der EU, also die wachsende Aufmerksamkeit für die EU und der öffentliche Streit um EU-Themen, eigentlich eine gute Entwicklung. In der Europaforschung haben wir über eine sehr lange Zeit einen gefährlichen Mangel an Öffentlichkeit kritisiert. Das berühmt gewordene Schlagwort ist der permissive Konsens, also eine weitgehend passive Zurückhaltung, eine passive Zustimmung zur europäischen Integration. Man wusste, Europa findet statt, aber es hat relativ wenig interessiert in der Bevölkerung und auch in den Medien. Die EU war zu bürokratisch, zu technokratisch, die Prozesse waren zu langwierig, es gab zu wenig Ereignispolitik und insgesamt hat Europa zu wenig Nachrichtenwert mitgebracht. Das sieht man etwa in der Aufstellung oder in der Grafik auch noch ganz gut, wenn Sie hier den Blick auf die unterste Linie werfen. Hier hat der Soziologe Jürgen Gerhards einmal ausgewertet, wie groß der Anteil der medialen Aufmerksamkeit über die Zeit ist im Vergleich zur Berichterstattung über Themen in Deutschland und über andere internationale Beziehungen. Und der Wert ist eigentlich insgesamt für die Zeit vor Maastricht erschreckend gering. Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zumindest drastisch geändert. Man kann also inzwischen auch von einer Art europäischen Öffentlichkeit sprechen. Europäische Öffentlichkeit hat die Funktion, EU-Politik transparent zu machen, eine öffentliche Meinungsbildung zu ermöglichen. Sie soll Entscheidungsprozesse in EU-weite Diskurse eindringen, also auch europäische Sprecher an ein europäisches Publikum rückbinden und ihren Entscheidungen damit auch Legitimität geben. Öffentlichkeit ist nicht zuletzt also ein Forum, in dem europäische Identität mit konstruiert wird. Sie entscheidet mit über Zugehörigkeit und über Zusammengehörigkeit innerhalb der Gemeinschaft. Und als Kern der europäischen Öffentlichkeit wird nach wie vor immer noch die Ebene der Massenmedien mitgesehen. Auf dieser Ebene gewinnt europäische Öffentlichkeit Permanenz und wird institutionalisiert. Und genau an dieser Stelle beginnen auch die Probleme, was die Struktur europäischer Öffentlichkeit anbelangt. Europäische Öffentlichkeit funktioniert ja nicht ohne weiteres genau nach der Blaupause der nationalen Öffentlichkeiten, also etwa über eine gemeinsame massenmediale Ebene auf supranationaler Ebene mit gemeinsam geteilten Medien. Versuche in dieser Ebene, in dieser Richtung gab es in der Vergangenheit immer mal wieder. Ein prominentes Beispiel wäre The European von Robert Maxwell, gegründet 1990. Der Plan war zunächst, eine pan-europäische Tageszeitung auf den Markt zu bringen, die in drei Sprachen erscheint. Erschienen ist das Ganze dann tatsächlich schon nur als eine englischsprachige Wochenzeitung. Und auch in dieser Form war es nicht so richtig publikumswirksam. Die letzte Ausgabe ist im Dezember 1998 erschienen. Also der nachhaltige Erfolg ist auch bei diesem Experiment ausgeblieben. Es gibt noch zahlreiche andere Versuche. Wir kennen ja beispielsweise auch den Fernsehsender Arte, der versucht, Deutschland und Frankreich zusammenzubringen. Aber bei all diesen Versuchen sieht man im Grunde das immer gleiche Problem, nämlich, dass die supranationalen Medien eher als eine pan-europäische oder länderverbindende Elitenöffentlichkeit funktionieren, die eben gerade kein breites Publikum erreichen. Die Konsequenz ist, einen Schritt zurückzugehen und europäische Öffentlichkeit ein Stück weit weiter auf der nationalen Ebene zu suchen. Und zwar als die Europäisierung oder Transnationalisierung der nationalen Massenmedien. Demnach öffnen sich dann die nationalen Medien einmal in der Vertikalen für das europäische Regieren, indem sie also europäische Politik beobachten, auch kritisieren und gleichzeitig Debatten zwischen der europäischen Politik und der nationalen Ebene mit ermöglichen. Und in der Horizontalen geht es dann um die Beobachtung von Prozessen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft der anderen EU-Länder und darum, grenzüberschreitende Diskurse und Diskussionen zu ermöglichen. Von der empirischen Forschung wissen wir, dass sich nationale Medien erreden tatsächlich zunehmend für Themen des europäischen Regierens mit öffnen. Transnationaldiskurse sind auch möglich, zumindest gelingt immer mal wieder der Blick über den Gartenzaun und gerade bei Konfliktereignissen intensivieren sich auch die Diskussionen zwischen Ländern. In einer vor allem aber verseulten oder national segmentierten Struktur europäischer Öffentlichkeit gelten aber weiter die Logiken nationaler Berichterstattung, die für national unterschiedliche Relevanzzuordnungen bei europäischen Themen und auch für national unterschiedliche Interpretationen mitsorgen. Und das schauen wir uns einmal ein bisschen genauer an. Und zwar orientieren sich die Medien in ihren Produktionsroutinen vor allem an Nachrichtenwerten wie Konflikt, wie Nähe, Überraschung oder auch Prominenz. Um EU-Themen für ein nationales Publikum relevant zu machen und Nähe herzustellen, findet nun in nationalen Medien eine Domestizierung von EU-Themen statt. Also wenn sie über die EU berichten, dann beziehen sich die Medien zuallererst auf nationale Relevanzgesichtspunkte, wie die Interessen und die Betroffenheit des eigenen Landes. Als Quellen beziehen sie sich wesentlich auf die Öffentlichkeitssprecher aus der jeweils eigenen Nation, also die jeweils eigenen Regierungen zuallererst. Während die EU-Vertreter und auch die Regierungen anderer Länder zwar oft Gegenstände der Kommunikation sind, über die wird gesprochen, aber sie kommen nicht so häufig selbst zu Wort. Und das führt insgesamt dazu, dass EU-Themen generell, aber vor allem Konflikte und Krisen in den Medien nicht in einer gesamteuropäischen Perspektive dargestellt werden, sondern vor allem durch die jeweilige nationale Brille interpretiert werden. Den Medien legen außerdem einen starken Fokus auf Negativität und auf besonders spektakuläre Nachrichten, während Prozesse in der Gesetzgebung etwa, die weniger Spektakuläres mit sich bringen, komplett untergehen. Statt der Konsensfähigkeit und der Fähigkeit der EU, Probleme zu lösen, stehen nun vor allem Misswirtschaft, Skandale, Streit oder auch Krisen im Vordergrund der Berichterstattung. Und dazu stellen die Medien eben auch häufig die Systemfrage, wie man es aus der nationalen Massenmedien fast überhaupt nicht kennt, bezogen auf den Bestand des Euros oder auch bezogen auf die Legitimität der Kommissionspräsidentin. Domestizierung und Negativismus sind nicht ganz unverbunden miteinander, sondern in der kritischen und domestizierten Öffentlichkeit zur EU haben EU-Politiker kaum eine Stimme, auch weil ihnen häufig auch die Anreize fehlen, in die Arenen der nationalen Massenmedien mit einzutauchen, mit einzugreifen. Das ist bei nationalen Politikerinnen und Politikern ganz anders. Sie sind die ersten Ansprechpartner der Medien und es ist üblich, dass sich die nationale Politik erst mal Erfolge selbst zuschreibt, Misserfolge aber eher auf der Ebene der EU verortet. Und tatsächlich können Schuld und Verantwortung von der nationalen Politik leicht und ungestraft nach außen beziehungsweise auf die EU-Ebene abgegeben werden. Von der EU-Ebene wird ihnen dann selten widersprochen. Die Extremform ist dann die populistische EU-Kritik, die sich nun leider auch gut mit der Medienlogik verbindet, weil sie ähnlichen Selektions- und Interpretationslogiken dann eben auch folgt. Ein anderes Kernproblem geht aber über Negativismus und die Medienlogik hinaus und betrifft eher die Konstruktion europäischer Identität, also von Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit in nationalen Öffentlichkeiten. Da sind wir bei der EU als eine vorgestellte Gemeinschaft, in der Identifikation oder auch Zurückweisungen von der EU mit bestimmten Bildern der Gemeinschaft verbunden sind, die in nationalen Öffentlichkeiten jetzt erst mal konstruiert werden. Die Unterschiede beziehen sich auf Vorstellungen etwa zum historischen Erbe der EU zu außenpolitischen Zielen und manchmal auch auf Interpretationen europäischer Werte. Vor allem aber spielen drei Konfliktlinien eine ganz wichtige Rolle. Das ist erst mal die Unterscheidung zwischen der EU als ein besonders stark integrierter Bundesstaat in der Politik oder als ein loser kooperierender Verbund von Nationalstaaten. Das wäre der Staatenbund. Auf der wirtschaftlichen Ebene das Spannungsgeflecht zwischen einem freien Markt und einer starken Marktregulierung. Und es gibt eine noch relativ junge finanz- und haushaltspolitische Konfliktlinie, die öffentlich jetzt auch eine Rolle spielt zwischen finanz- und haushaltspolitischer Souveränität und Integration. Sie kennen noch aus dem Bereich der Euro-Krise den Streit zwischen Austeritätspolitik und Vergemeinschaftung von Schulden im Bereich der sogenannten Europoros in Extremform. Genau, in diesen drei Konfliktlinien unterscheiden sich die Länder. Ich habe hier jetzt noch als große Länder auch nochmal Großbritannien mit dazugenommen, weil es in der Vergangenheit der EU, in den vergangenen Jahren in der Diskussion eben als Konfliktlinie nochmal einen besonders starken Ausschlag gegeben hat, wie Konflikte innerhalb der EU abgelaufen sind. Großbritannien vertritt ähnlich wie Deutschland eine Sichtweise auf die EU, in der die EU ein gemeinsamer Markt ist, gleichzeitig haushaltspolitische Souveränität mit gewährleistet. Aber anders als Deutschland fordert Großbritannien die EU als einen Staatenbund ein, mit eher kooperierenden, starken Nationalstaaten. Bei Frankreich ist die Ähnlichkeit zu Deutschland etwas anders. Hier teilt Frankreich die Idee von der EU als ein Bundesstaat, sieht aber Marktregulierung und Haushaltsintegration stärker als die Ziele der Gemeinschaft, als es in Deutschland der Fall ist. Diese und viele andere unterschiedliche Zugänge zur europäischen Identität haben jetzt den Vorteil, dass es erstmal für jedes Land möglich ist, auch eine positive Idee, eine positive Vision von Europa zu entwickeln, mit der die eigene nationale Identität im Eintang steht. Das ist ja erstmal etwas Gutes. Also diese dualen Zugehörigkeiten sind möglich. Gleichzeitig führen unterschiedliche Identitätskonstruktionen, aber auch immer wieder Zugkonflikten oder bergen zumindest ein starkes Konfliktpotenzial, was bei Krisen gerade besonders stark zum Ausdruck kommt, kann. Sie können zu Streit in der Definition von Zielen für die europäische Politik münden. Und sie können auch dazu führen, dass sich die Länder gegenseitig die legitime Zugehörigkeit zur EU absprechen oder sich gegenseitig als uneuropäisch bewerten, auch in den Medien. Oder als dritte Option, sie finden sich mit einer Idee von Europa oder der EU selbst nicht mehr wieder. Dann kommt also nationale und europäische Zugehörigkeit doch in Konflikt miteinander. Und man könnte beispielsweise auch den Brexit durchaus unter dieser Perspektive mit verstehen. Also als den Rückzug eines Großbritanniens, das die EU als einen Markt verstanden hat, aber eben gerade nicht als eine stark integrierte politische Union. Auch mit Blick auf die aktuellen Konflikte mit Polen und Ungarn spielt die Rede von einer Anpassung an eine westeuropäische vordefinierte EU durchaus eine Rolle, zumindest innerhalb der Länder selber. Das alles muss jetzt gar nicht heißen, dass die EU in einer Kritikspirale gefangen ist. Nicht nur gibt es durchaus auch geteilte Identitätsbestände, die die Gemeinschaft mit stabilisieren. Und zum anderen ergeben sich Veränderungen in der Struktur europäischer Öffentlichkeit, auch aus dem Wandel unserer kommunikativen Infrastruktur. Für die öffentliche Auseinandersetzung, für die Informationssuche und den Meinungsaustausch, aber auch eben für kulturen identitätsbildende Prozesse, spielen heutzutage die Social Media wie Facebook, wie Instagram oder auch wie YouTube eine ganz wichtige Rolle. Gerade unter den Digital Natives sind diese Social Media inzwischen ganz zentral in der Vermittlung und in der Nutzung von Informationen und von Meinungen. Es ist also kein Wunder, dass zuletzt immer wieder Vorschläge zugunsten einer europäischen Social Media Plattform laut geworden sind. Das beginnt mit dem Wahlprogramm von Emmanuel Macron, 2017 war es, meine ich, als er erstmalig für ein europäisches Netflix geworben hat, auf dem dann europäische statt US-amerikanische Produktionen ihr Publikum finden sollten. Etwas später hat dann in Deutschland der ehemalige Regierungssprecher und heutige Intendant des Bayerischen Rundfunks Ulrich Wilhelm vorgeschlagen, ein europäisches YouTube zu entwickeln. Da sollen dann neben Film- und Fernsehproduktionen auch Bühnenkunst und Vorträge sich an ein europäisches Publikum richten und dort verbreitet werden. Das sind jetzt erstmal Ansätze oder Vorschläge, die noch sehr stark auf europäische Identitätsstärkung und Kulturvermittlung abzielen und außerdem auch noch sehr nach der klassischen Fernsehlogik funktionieren, also nach einer Top-Down-Kommunikation ausgerichtet sind. Andere Ideen verfolgen eher den Interaktionsgedanken, wie beispielsweise die Idee von Johannes Hillien, der eine Plattform Europa vorgestellt und vorgeschlagen hat. Die sollte im Wesentlichen öffentlich-rechtlich finanziert sein und betrieben werden und praktisch wie ein alternatives YouTube funktionieren, auf dem dann auch die Algorithmen nicht nach den üblichen kommerziellen Prinzipien funktionieren, sondern einem Public-Value-Gedanken verfolgen. Und auf diese Weise werden auch verhindern, dass besonders polarisierende Inhalte, die leicht Klicks bekommen auf den etablierten Social-Media-Plattformen, dann nicht unbedingt nochmal zusätzlich von den Plattformen selber mit begünstigt werden. Inhaltlich ermöglicht eine solche Plattform Europa neben der Bereitstellung auch von Qualitätsjournalismus dann künstlerische unterhaltende Formate und auch Partizipationsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger selbst, die dann eben auch selber Videos nochmal hochladen können. Bei all diesen Gedanken, die, wie ich denke, durchaus schon zukunftsweisend sind, hat sich ein erster Ansatz jetzt kürzlich durchgesetzt, wurde etabliert, und zwar mit The European Collection, haben sich kürzlich die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender, zumindest in Deutschland, Frankreich und der Schweiz, zusammengeschlossen und stellen ein gemeinsames Angebot mit zur Verfügung. Vor allem Dokumentationen und Reportagen sind hier dann jetzt auch länderübergreifend abrufbar, in mehreren Sprachen verfügbar. Und das offizielle Ziel ist es hier, so viele Menschen wie möglich, auch eine übergreifende und europäische Perspektive auf gemeinsame Themen zu bieten, die Europäerinnen und Europäer dann eben auch gemeinsam beschäftigen können. Das ist eine Initiative, die an die Unterzeichnung des Vertrags von Aachen 2019 anschließt und zur Einrichtung einer digitalen deutsch-französischen Plattform auch nochmal mitgedacht ist. Zu dieser Plattform wurde in dem Vertrag von Aachen mit aufgerufen und hier haben wir eben auch tatsächlich dann in der Medienpolitik mal einen Schritt, der in diese Richtung gegangen ist. Und mit diesem dann eben doch positiven Ausblick würde ich dann erstmal schließen und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Herr Lichtenstein. Ich würde unsere Zuhörerinnen jetzt gerne dazu aufrufen, ihre Fragen doch in das F&A zu schreiben. Ansonsten starte ich mal mit einer Frage und ich fange direkt hinten an bei dieser European Collection. Wenn ich mich selber anschaue oder auch jüngere Leute vor allen Dingen, frage ich mich, ist diese European Collection wirklich ein Weg, Leute zu verbinden, die vielleicht bisher sich noch wenig mit dem Thema Europa auseinandergesetzt haben oder steckt dahinter nicht doch wieder auch das Problem, dass man wieder ein Elitenprogramm schafft, nämlich das sich an Leute richtet, die sich ohnehin auf Arte umtreiben in der ARD-Mediathek, in der ZDF-Mediathek. Geht das nicht wieder vorbei an den jungen Europäerinnen und Europäern? Das ist zumindest erstmal eine Gefahr, die besteht. Und es hängt ganz stark davon ab, welche Angebote an genau sich da jetzt auch langfristig etablieren. Derzeitig hat man in den Angeboten durchaus auch Angebote, die an die Social-Media-Kultur gut anschlussfähig sind. Das sind dann Identitätsangebote, also dass meinetwegen auch Heimat thematisiert wird oder Identitätsangebote wie Leben mit Behinderung oder sexuelle Themen, sexuelle Orientierung. Und das sind ja im Grunde auch Themen, die auf den Social-Media-Plattformen und auch in den Jugendangeboten, wenn wir meinetwegen an die Plattform Funk als Angebot für öffentlich-rechtliche Angebote im Moment denken, dann eben auch sehr erfolgreich sind, hier ein junges Publikum erreichen. Und auf die Weise ist es im Moment schon, denke ich, angedacht oder kann es auch funktionieren, da die Brücke zur Jugend auch mitzuschlagen. Aber ich gebe Ihnen recht, die Gefahr, wenn es erstmal nur Mediathek heißt und sich dann vor allem Dokumentationen da wiederfinden, das riecht schon ein bisschen nach Elitenebene. Und da müssen die Sender stark aufpassen, was sie tatsächlich und letztendlich präsentieren. Ich habe mir vorher schon eine Frage notiert, und zwar dieser Gedanke der europäischen Social-Media-Plattform. Ist das nicht eigentlich eine Idee, die 10, 15 Jahre zu spät kommt? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendeine geartete europäische Social-Media-Plattform es schafft oder schaffen kann, heute die Aufmerksamkeit zu generieren, die die kommerziellen Plattformen generiert haben, sei es Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, was man da auch nennen mag. Wie realistisch ist das? Ja, das ist der ganz große Pferdefuß. Also man sieht ja selbst, dass auch große Konzerne mit neuen Plattform-Ideen wie Google Plus dann gar nicht mal so erfolgreich sind, wie man das jetzt erstmal im Vorhinein erwartet hat. Also eine Plattform funktioniert nur, wenn sie auch Nutzer findet und die Vernetzung auf der Plattform dann eben auch stattfindet. Und das ist durchaus fraglich, ob da eine neue Plattform nochmal die Chance hat. Ein alternativer Ansatz wäre jetzt zu sagen, dann nehmen wir eben die Plattformen, die eh schon existieren, nehmen das existente YouTube und versuchen eben über öffentlich-rechtliche Förderung jetzt auch die Programme und Angebote dort zu etablieren, wie wir das über Funk ja im deutschen Bereich dann eben auch schon kennen. Und dann braucht es aber eben auch andere Länder, die medienpolitisch jetzt erstmal in die Lage versetzt werden müssen, hier anschlussfähig zu sein. Also beispielsweise in Österreich ist bei den Social-Media-Aktivitäten der öffentlich-rechtlichen Sender ein ganz großer Riegel davor geschoben. Die haben also rechtlich überhaupt nicht die Möglichkeit, ähnlich wie Funk in Deutschland, auf YouTube aktiv zu werden. Und das wäre etwas, was man jetzt im europäischen Zusammenschluss alternativ dazu angreifen könnte. Also die europäischen Rundfunkanstalten müssen sich dann zusammenschließen und sich darauf einigen, wir bringen jetzt alle auf YouTube Angebote zustande, die sich ein junges Publikum aus einer europäischen Perspektive herausrichten, die sich auch untereinander vernetzen. Und über so eine Netzwerkstruktur denn eben auch länderübergreifend dann auch nochmal europäische Perspektiven oder national abweichende Perspektiven auf ähnliche Probleme einander zugänglich machen können. Also der Weg über die etablierten Plattformen wäre eben auf diese Weise die Alternative. Vielen Dank. Ich würde gerne, ich springe jetzt ein bisschen über meine Punkte hinweg, weil ich mich gefragt habe, ob Europa oder die EU für viele Menschen nicht immer noch zu kompliziert ist. Also ob das Thema und das Verständnis für die Arbeitsweise der Europäischen Union noch so niedrig ist, dass sich die EU auch einfach schwer tut, damit ihre Inhalte selbst an die Bürgerinnen und Bürger zu vermitteln und stattdessen halt auf nationale Medien gesetzt werden muss und so nationale Kanäle. Ja, kompliziert ist es zweifellos, aber kompliziert ist nationale Politik auch. Also wie das Wechselspiel zwischen Bundestag und Bundesrat dann funktioniert, das verschwindet zu großen Teilen dann auch irgendwo unterhalb der nationalen Medienöffentlichkeit. Das Problem, das die EU hat, ist, dass sie keine Events produziert. Also keine großen Ereignisse, keinen großen Wahlkampf. Jetzt hat man mit dem Spitzenkandidatenprinzip jetzt so einen Mechanismus gefunden, der Öffentlichkeit nochmal ein bisschen anzieht. Aber man merkt auch da, es funktioniert nicht zu diesen Mechanismen der EU, die über langwierige Verhandlungen funktionieren, die eher technokratische Strukturen ausgebildet haben und eben nicht darauf angelegt sind, dass man den öffentlichen Wettbewerb zwischen Politikerinnen und Politikern dann wirklich hat und dass man den Schlagabtausch und die Konflikte in die Öffentlichkeit mit reinträgt. Das ist ja etwas, was die EU auch von vornherein eigentlich vermeiden wollte, der öffentliche Konflikt, damit gerade der Streit zwischen den Ländern, die Gemeinschaft jetzt in den Medienöffentlichkeiten nun eben nicht spaltet. Ich habe mich gefragt, was kann denn die EU überhaupt machen, um ihren, um den Blick der Medien auf sich zu verändern? Also will man das überhaupt oder ist die EU mit der aktuellen Lage zufrieden? Also meine These wäre ja, dass die EU oder die Verantwortlichen in der EU nicht so zufrieden sind, dass es immer alles durch die nationale Brille läuft. Was denken Sie da? Also eine lange Zeit war das auf jeden Fall erst mal so gewollt, dass die EU außerhalb des Blickwinkels dann eben auch ist, damit man in Ruhe arbeiten kann. Und die Konflikte oder die komplizierten Prozesse, bei denen Nationalstaaten ja eben auch ihre Interessen verhandeln müssen, auch Spielräume haben müssen, sich gegenseitig zugeständigt machen müssen, dass solche Verhandlungen dann eben auch stattfinden können. Wenn alles immer im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit ist, dann ist es schwierig, dann sieht das nationale Publikum auch, wenn die eigenen Politiker dann gegenüber anderen Ländern Zugeständnisse machen. Und das kann dann schnell Kritik und auch sehr harsche Kritik dann hervorrufen. Also wenn diese Prozesse ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit sind, ist das zumindest nicht immer auch ganz schlecht. Aber ist das nicht eher so eine Sache, die man wieder aus der Nationalstaatsperspektive betrachtet, wenn man sagt, die Öffentlichkeit soll gar nicht sehen, dass die nationale Politik da zurücksteht? Weil ich denke mir, in so einem großen Konglomerat an verschiedenen Staaten ist Streit ja ganz normal. Und das gehört ja auch zum politischen Konsens dazu. Und dass sich der einzelne Politiker sagen kann oder sich quasi da zurückziehen kann und die Schuld, die berühmte Schuld an die EU abschiebt, das ist doch eigentlich nichts, was die EU sich wünschen kann. Nein, das kann sie sich auf keinen Fall wünschen. Also ich würde schon den Punkt sehen, dass ein bisschen Entspannung reingebracht wird, wenn Öffentlichkeit nicht permanent vorhanden ist. Auf der anderen Seite steht natürlich die Kritik aus den nationalen Öffentlichkeiten, der Sündenbock, Brüssel, der permanent mit dabei ist und auch die Legitimität von Entscheidungen. Also je mehr Kompetenzen die EU dazu gewinnt, und das tut sich ja seit einer ganzen Weile immer mehr, desto weniger ist die Absenz von Öffentlichkeit dann eigentlich auch noch zu rechtfertigen. Und die Spannung, damit muss sie umgehen. Sie ist auch dabei, immer mal wieder Mechanismen zu entwickeln. Es gibt jetzt die Figur der Kommissionspräsidentin. Es gab auch mal die Überlegung, wir brauchen einen europäischen Außenminister. Und es gibt dieses Spitzenkandidaten-Prinzip, das jetzt auch bei zwei Wahlen zumindest schon mal zum Einsatz gekommen ist. Das sind ja auch Versuche, Öffentlichkeit anzuziehen, Politik personalisierter darzustellen und dann eben auch Leute zu haben, die durch die nationalen Arenen ziehen im Vorfeld von Europawahlen und für ihre Position mit werben. Das Problem ist dann natürlich, wenn sich die Leute in ihren Positionen dann noch zu ähnlich sind und keine richtigen Konflikte, kein Streit zwischen ihnen hervorbricht, an denen man sich reiben könnte, also dann Unterschiede eben nicht richtig herausgestellt werden können. Ja, oder wenn im Nachgang an eine Europawahl dann eben doch wieder die Verhandlungsprinzipien der EU mitgreifen und das Aufstellen eines Spitzenkandidatens wirkt wie ein leeres oder nicht gehaltenes Versprechen, das schlägt dann natürlich auch wieder negativ zurück auf die Gemeinschaft. Also die Strukturen der EU selber, ihre Funktionsweisen und das Bedürfnis nach Öffentlichkeit haben bislang noch nicht so richtig zusammengefunden. Wir haben eine Frage von einem Zuschauer und zwar fragt uns Robert, welche Rolle spielen oder können die Medien im Rahmen der Konferenz über die Zukunft Europas spielen? Ja, indem sie so viel wie möglich berichten und eben den Vermittler, also die intermediäre Institution zwischen Publikum und EU-Ebene dann eben auch darstellen. Also es geht ja um die Ideenentwicklung für die Zukunft von Europa, auch für Reformbedarf von Europa und es geht auch darum, Europa wieder interessant zu machen für die Bürgerinnen und die Bürger. Und da muss man eben von journalistischer Seite einmal an die Bürger selber auch ran und Themen und Meinungen der Bürger sammeln und an die Politik weiter mit vermitteln und umgekehrt aber auch im Konferenzgeschehen mit dranbleiben und vielleicht auch Serien zu den Veranstaltungen mitzuentwickeln und in Regelmäßigkeit in eben Artikel und Vorschläge mit publizieren. Jetzt habe ich ja den journalistischen Background und da gehört natürlich heute viel zu, wie gewinne ich als Journalist Leser für mein Thema? Und wir wissen das alle in Social Media, im Internet, im Allgemeinen, ist die Aufmerksamkeitsspanne des Lesers winzig, winzig, winzig klein. Das heißt, das ist der Grund, warum Skandalgeschichten, Nährgeschichten, Promi halt noch funktioniert. Aber kann die EU das überhaupt? Kann die EU das leisten? Oder wie kann sie das machen, dass die Themen, die sie präsentiert, der Journalist aufgreift mit dem Gedanken, das kriege ich an meine Leser vermittelt, dafür zahlt er. Haben Sie da eine Idee oder ist das schon so das Problem? Ja, das müssen die Medienhäuser für sich lösen. Was denken Sie da? Ja, die EU ist nicht prädestiniert dafür, das Problem zu lösen. Da kommt sie den Journalisten und Journalistinnen tatsächlich auch nicht hinreichend entgegen in der derzeitigen Struktur. Also es ginge darum, politische Inhalte stärker personell aufzuladen, also mit Personalisierung zu arbeiten, mehr mit Emotionen zu arbeiten, gerne auch mehr mit Konflikten zu arbeiten. Es muss ja jetzt nicht immer gleich der Fundamentalkonflikt sein, aber der Streit um einzelne Positionen, der wäre schon stärker wünschenswert und sollte auch mehr in die Öffentlichkeit reingetragen werden. Ja, wir haben das ja gerade bei der Corona-Krise in dem Beginn als völlig fatal erlebt, dass die EU sich schweigend zurückgezogen hat. Da kann man immer noch entschuldigend sagen, gut, die hat jetzt im Gesundheitsbereich nicht die ganz großen Kompetenzen und sie ist auch darauf angewiesen in ihrem Krisenmanagement, also ihr Krisenmanagement ist darauf angelegt, dass sie die Nationalstaaten unterstützt. Sie soll nicht den Prozess übernehmen. Das ist erstmal eine Regel. Und in ihrem Funktionieren im Krisenmanagement ist sie auf das Kooperieren der Nationalstaaten mit angewiesen. Das heißt, wenn sie jetzt zu entschieden auftritt, anfängt, Staaten zurechtzuweisen für das Schließen von Grenzen, dann kann sie sich auf dieser Kooperationsbereitschaft sehr schnell verspielen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Grund dafür, dass die EU erstmal sehr zurückhaltend war, sehr vorbereitend im Hintergrund aufgetreten ist und damit die große Öffentlichkeit, die Bürgerinnen und Bürger massiv enttäuscht hat. Da stehen wir natürlich vor einem, in meinen Augen, vor einem gewissen Henne-Ei-Problem. Weil wenn man sich die Frage stellt, wer oder was ist die EU eigentlich, läuft man ja im Endeffekt darauf hinaus, dass es in vielerlei Hinsicht dann doch die Nationalstaaten sind. Und wie Sie gerade gesagt haben, hätte die EU da Vorschriften gemacht den einzelnen Staaten gegenüber, dann wäre es vermutlich auch zu einer großen, großen EU-Schelte gekommen. Gab es da gerade jetzt in Bezug auf Corona für die EU überhaupt einen Ausweg raus? Oder hätte man da eigentlich schon vor zehn Jahren Pläne für haben müssen, damit man jetzt souverän reagiert hätte? Man hätte ganz sicher Pläne haben müssen, aber das hätten die Nationalstaaten auch. Ja, also es hätte, was gefehlt hat, war die emotionale Ansprache an den Bürger. Also zu zeigen, wir sehen euch und wir versuchen zumindest hinter den Kulissen alles, was irgendwie möglich ist. Nur das Schweigen selber, das war völlig fatal von den EU-Ebenen. Ja, da würde ich so zustimmen. Wir haben weitere Anmerkungen und Fragen von Zuschauern. So fragt uns Ruth. Vielleicht könnte ein europäisches Sprachrohr in den jeweiligen nationalen, örtlichen Medien direkt, also lokalen Medien direkt veröffentlichen. Ich denke mir, dass quasi so als Sonderseite EU-Thema oder hier spricht die EU oder sowas, ist das, was denken Sie zu so einer, zu so einer Aktion? Oder ist das ein zu tiefer Eingriff in Presse- und Medienfreiheit? Naja, also das ist die Frage, wie es ausgestaltet wird. Also wenn jetzt die EU-Kommissare jetzt eine regelmäßige Kolumne in den Zeitungen kriegen, dann wäre das irgendwie schon bedenklich. Nein, aber wenn man jetzt gezielt Themen setzt in den regionalen, lokalen oder auch nationalen Medien zeitgleich und zur Diskussion stellt, das kann ja von journalistischer Seite immer noch bearbeitet werden, aber dass man meinetwegen regelmäßig Gesprächsinitiativen setzt in den einzelnen Ländern oder auch in einzelnen Regionen, das wäre dann schon produktiv für eine europäische Öffentlichkeit, weil es eben erstmal eine Gleichzeitigkeit an Diskursen in unterschiedlichen Ländern und Regionen erzeugen würde und auch den Austausch dann wieder nahelegt, weil man mit der Gleichzeitigkeit von Diskussionen dann eben auch die Frage nahelegt, wie wird es denn in der anderen Region, in einem anderen Land gesehen, wo die gleiche Frage gerade gestellt wird. Also das würde schon was bringen und manchmal haben wir solche Momente auch, wenn sich meinetwegen in Deutschland, das ist die Süddeutsche Zeitung, mit anderen großen Medienhäusern zusammenschließt und eine gemeinsame Europa-Beilage mit produziert. Das findet, glaube ich, alle Vierteljahre mal statt ungefähr, aber da haben wir dann schon diesen Moment der europäischen Öffentlichkeit, wo über die Medien jetzt aber dann selber dann, ja, die gleichen Artikel dann auch publiziert werden in der Beilage. Was mir im Vorfeld, womit ich mich im Vorfeld beschäftigt habe, war auch die Frage der EU in den Schulen und in den, ja, doch vor allen Dingen in den Schulen, weil wenn ich so an meine eigene Schulzeit zurückdenke, was natürlich ein bisschen her ist jetzt auch schon, spielte dieses Thema keine große Rolle und selbst in meinem Studium, ich habe Politikwissenschaft studiert, war die EU eher so ein Randthema. Und jetzt fragt Stefan Mieling, dazu ganz passend, liegt die Dominanz der Sichtweise durch die nationale Brille auf Europa und die EU nicht auch in der Sozialisierung begründet? Eranwachsende lernen, zunächst in nationalen Kategorien zu denken und zu urteilen, was Auswirkungen auf die Sicht auf Europa hat. Müsste nicht in nationalen und europäischen Kategorien gleichzeitig gedacht und geurteilt werden und dies auch der jungen Generation vermittelt werden? Ja. Nein, also diese, die Initiativen stärker in die Schulen reinzugehen, die sind jetzt auch nicht so ganz frisch. Also es gab auch schon mal die Praxis, ein deutsch-französisches Schulbuch, ich glaube über Geschichte war das sogar, rauszubringen und auf die Weise eben Publikum oder Schüler unterschiedlicher Länder miteinander zu verbinden. Ideen, Wettbewerbe gibt es auch, die in die Schulen reingetragen werden. Ich weiß gar nicht hundertprozentig, wie der Unterricht jetzt in der täglichen Praxis heute aussieht, zumindest bei den Schulen, die über Grundschule hinausgehen. Ich nehme an, dass durchaus schon Europa ein bisschen mehr stattfindet, als ich das selber im Unterricht kennengelernt habe. Zumindest erlebe ich das mit dem Perspektiven auch mit dem Wissen, was meine Studentinnen und Studenten mitbringen, wenn ich die heute in Kursen habe. Also die sind über Europa schon informierter, auch ein bisschen aufgeschlossener. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, wäre, dass die Offenheit für Europa auch häufig dann in der späteren Sozialisation noch kommt, ein bisschen auch nachgeholt werden kann. Gerade wenn es dann in die Erasmus-Programme reingeht, also wenn man eben auch sich europäisch bewegt, sei es in der Ausbildung oder sei es dann später auf dem Arbeitsmarkt. Und da sieht man auch, dass diese Bevölkerungsgruppen, die dann auf diese Weise besonders stark eben auch von Europa profitieren, dann auch die größten Europa-Befürworter sind in den Umfragen. Das ist vielleicht eine Anmerkung, vielleicht eine Frage. Sie sprachen gerade von einem deutsch-französischen Schulbuch und da werde ich persönlich immer hellhörig, weil ich gar kein Französisch in der Schule hatte. Wäre es da nicht sinnvoller, dass, also ich weiß, dass es das gibt, dass die EU Broschüren rausgibt für Schulen und Schüler unterschiedlicher Jahrgangsstufen, also für die Grundschule bis zum Abitur und dass vieles davon in wirklich allen Sprachen der Europäischen Union, wenige Sachen nur auf Deutsch und Englisch, manchmal noch Deutsch, Englisch, Französisch, wäre das nicht vielleicht eine bessere Idee, als so quasi so eine Partnerschaft zu machen, Deutsch-Französisch, sondern dass man ein Buch, dass die EU ein Buch entwickelt für Schulen, das für alle gleich ist, dass man nicht so wieder zwei Länder heraushebt. Das war so ein Gedanke, der mir da gerade in dem Zusammenhang gekommen ist. Ja, das wäre auf jeden Fall eine spannende Idee. Also es ist, möglicherweise ist einmal ein Kostengesichtspunkt, aber das wird sich vermutlich lösen lassen über die Einrichtungen. Das lässt sich sicher lösen. Vielleicht ist es noch eher ein Problem, dass die Lehrer und Lehrerinnen das dann eben auch vermitteln müssen. Das sind dann Leute, die haben eine französische Revolution, meinetwegen aus der französischen Perspektive gelernt. Oder auch, wenn wir zu Themen wie Nationalsozialismus kommen, das aus der europäischen Perspektive nur zu erzählen, das muss erst mal mit dem kulturell auch bei den Lehrerinnen und Lehrern andocken können und kann sich eben auch mit nationalen Erinnerungskulturen dann teilweise beißen. Wir haben also gerade beim Bereich Nationalsozialismus haben wir diesen ganz spannenden Fall, dass wir eben auch diesen Holocaust-Gedenktag innerhalb von Europa haben, was aber nicht aufgebaut ist als ein Deutschland-hat-Schuld-Gedenktag, sondern eher als ein Gedenktag der geteilten Schuld. Also auch die französische Bevölkerung erinnert sich an die Kollaboration mit den Nazis und auch andere Länder. Also da haben wir diesen europäischen Gedanken der geteilten Schuld mit dem Vordergrund gestellt bei dem Gedenktag, was aber eben auf dem osteuropäischen Pflaster dann eben stellenweise auch schon wieder zu Problemen führt, weil da viele Länder eben diesen Gedanken, wir haben Mitschuld, gar nicht mal so ohne weiteres mittragen können, beziehungsweise dann eben auch die Frage stellen, warum gibt es jetzt den europäischen Holocaust-Gedenktag und was ist eigentlich mit den Verbrechen des Kommunismus? Also bei der Erinnerungskultur, gerade in diesen geschichtlichen Fragen, ist eine zusätzliche europäische Dimension, glaube ich, was ganz Wichtiges, was mit vermittelt werden muss in den Schulen, aber als Ersatz für die nationalen Erinnerungskulturen ist es schwer vorstellbar. Das ist ein Ad-Warner. Vielen Dank für den Input zu so einer, also mir war das selber nicht bewusst, dass es der Gedenktag der geteilten Schuld ist und da würde ich gerne die Frage daran anschließen, wie, also da geht es ja auch um eine Frage des Wertekanons. Gibt es den Ihrer Meinung nach überhaupt oder hätte man da, müsste man da viel differenzierter auf die einzelnen Nationalstaaten, die einzelnen Mitgliedstaaten der EU schauen? Was meinen Sie da? Ja, also Wertekanon, es gibt einen gemeinsamen, relativ abstrakten Wertekanon, der meinetwegen mit Frieden, mit Demokratie auch funktioniert, mit Rechtsstaatlichkeit. Da gibt es jetzt einzelne Länder, bei denen man das momentan so ein bisschen in Abrede dann eben auch stellt und bei denen auch das europäische Sein auf diese Weise so ein bisschen in Zweifel gerät in der öffentlichen Diskussion. Generell kann man aber sagen, ja, es gibt schon Werte, auf die sich im Namen dann eben alle verständigen können und wie die genau ausgefüllt werden, ausgelebt werden. Das unterscheidet sich dann zwischen den Nationalstaaten aber doch nochmal wohl um einiges. Man hat das ja auch mal versucht bei dieser frankberühmten europäischen Verfassung, die 2005 eben auch in Referenten akzeptiert werden sollte und das hat einen wahnsinnig langen Prozess dann im Vorhinein gegeben, gerade um Fragen über eine Präambel, in der dann gemeinsame Werte, gemeinsam historische Bezüge festgehalten werden sollten und was das an Diskussionen und Streitern eben ausgelöst hat. Beispielsweise auch die Frage, braucht diese Verfassung Gottesbezug stellenweise in manchen Ländern völlig undenkbar. Also da sieht man, der europäische Stoff unterscheidet sich zwischen den Ländern dann eben doch erheblich, ist aber eben zumindest was abstrakte Werte angeht, dann erstmal doch wieder konsensfähig. Ein anonymer Zuschauer fragt uns, könnten transnationale Listen der Fraktionen im Europaparlament eine bessere Öffentlichkeit in ganz Europa erzeugen? Also ich bin ein Freund von solchen Ideen. Ja, sobald es eben ein bisschen aus dem Dilemma herausführen würde, dass man ja europäische Politik immer nur nach Nationalstaaten strukturiert erlebt, sondern man könnte da eben auch stärker in den Parteienstreit und den Ideenstreit gehen und müsste nicht mehr europäischen Wahlkampf meinetwegen erleben, bei dem vor allem nationale Interessen die Struktur vorgeben. insofern bin ich eigentlich ein Freund von diesen ja transnationalen Listen und transnationalen Wahlkämpfen, die auf die Weise dann eben möglich werden. Denken Sie, das würde auch mediale Kommunikation verändern, so eine transnationale Liste oder anders Aufmerksamkeit für die EU generieren? Es bräuchte dann eben auch Politikerinnen und Politiker, die öffentlichkeitswirksam sind, in den nationalen Medienarenen dann eben auch vertreten sind und das kann dann ja pro Land auch wieder ein anderer Politiker, andere Politikerin dann eben auch mit sein. In manchen Wahlkämpfen hat man solche Glücksfälle wie auch Jean-Claude Juncker, der mit mehreren Sprachen dann auch in verschiedenen Ländern im Wahlkampf einsetzbar ist. Aber grundsätzlich wäre ja Kern eigentlich, dass die Nachrichtenwerte mitgebracht werden, also dass die Listen dann eben auch in Konflikt zueinander gehen und dass Politik auch personalisierbar wird. Ich würde jetzt auf eine weitere Frage von einem anonymen Zuschauer oder einer anonymen Zuschauerin eingehen, die die Rolle des EU-Parlaments anspricht. Sie haben ja gerade schon Jean-Claude Juncker erwähnt und wir haben auch Frau von der Leyen's Namen hier heute schon gehört und besagte Zuschauerin sagt, ich halte das EU-Parlament mit seiner öffentlichen Wahrnehmung von allen EU-Institutionen schon recht präsent und auch oft für öffentlichkeitswirksam. Also das EU-Parlament als öffentlichkeitswirksames Organ. Ich würde sagen, ja, das Parlament ist aktiver geworden, es ist sichtbarer geworden, aber würden Sie sagen, dass die zum Vergleich zur Kommission in den Medien das Parlament eine große Rolle spielt oder ist es doch immer noch die Kommission? Also, ja, aus meiner Sicht ist es vor allem der europäische Rat der öffentlich präsent ist, weil da die bekannten Nationalstaaten dann eben sitzen und zumindest vom Eindruck, ja, nicht nur vom Eindruck, das Organ ist, das die meiste Entscheidungskompetenz, die meiste Entscheidungsgewalt noch immer mitbringt. An zweiter Stelle würde ich in den Medien auch die Kommission sehen, aber nicht die Kommission als Ganze, sondern das sind dann die Kommissionschefin, also von der Leyen und sehr wenige weitere Kommissare. Und wenn man ansonsten mal groß rumfragt und versucht, die Kommissar-Namen alle zu erfragen, ich glaube nicht, dass wir die alle hinbekommen würden. Es sind dann meistens die nationalen Vertreter in der Kommission, die in der Öffentlichkeit bekannt sind und die Chefs und vielleicht auch einzelne Ressorts, die besonders wichtig gerade im Moment sind. Das Europäische Parlament, kurz dazu noch, würde ich auch erleben, dass die aktiver geworden sind in den Bemühungen, weil die auch um Einfluss kämpfen und darum, dass die eben in diesem Institutionengeflecht nicht immer nur das abnickende Organ sind, sondern auch selber Initiativen stärker mit reinbringen können und mehr Entscheidungsgewalt dann eben auch wirklich bekommen können. Genau, also die Initiativen vom Parlamentebene, würde ich sagen, sind auch verstärkt jetzt da, aber in den Medien sehe ich die auch nicht so widergespiegelt. dass es da zufriedenstellend sei. Ich bleibe so ein bisschen bei der Institutionsfrage. So fragt uns Josef Pötzsch, ist die EU nicht immer noch eine EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinde, schafft und damit die Schwerpunkte der politischen Arbeit Wirtschaftsfragen und sind diese vielleicht per se nicht so bürgernah? Was denken Sie da? Ja, die EU hat das Erbe als Wirtschaftsgemeinschaft vor allem, weil die politische Dimension mit dem Scheitern der Verteidigungsgemeinschaft schon in 50ern erstmal brutal abgesägt worden ist. Das Erbe nimmt sie mit und das prägt sie in vielen Bereichen auch bis heute noch, also auch im Bereich der Kulturpolitik und Medienpolitik. Das ist vor allem ein wirtschaftspolitisches Denken, was dahinter steckt und wirkt sich in vielen Bereichen auch was die Situation der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten angeht absolut fatal aus. Nichtsdestotrotz hat sie mittlerweile so viele politische Kompetenzen mit dazu gewonnen. Auch im Gesundheitsbereich würde ich davon ausgehen, dass nach Corona da nochmal die Kompetenzen mit ansteigen. Also sie jetzt weiter nur als Wirtschaftsgemeinschaft zu beschreiben, das geht aus meiner Sicht an der Sache vorbei. Also dafür ist die politische eben auch zu stark geworden dabei. Ist es vielleicht so, dass Wirtschaftsthemen und ich nenne es mal die große Politik vielleicht auch einfach in den Medien aufgrund der Nachrichtenwerte mehr Aufmerksamkeit erfahren als die vielen Sachen, die die EU geschafft hat, die wirklich direkte Auswirkungen auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger haben. Also ich denke da ganz konkret an den Wegfall der Roaming-Gebühren, weil das uns als jüngere Generation massiv betrifft, aber auch an viele Fragen im Verbraucherschutz, bei Reisen, bei Versicherungen, Netflix. Sind das vielleicht einfach Themen, die an den Medien vorbeigehen, weil sie nicht die Aufmerksamkeit generieren? Ja, vielleicht. Und vor allem die Entscheidungsprozesse, dass man eben zu den Entscheidungen dann auch hinkommt, die sind langwierig, die sind kompliziert und die finden eben gerade nicht im Medium der Öffentlichkeit statt. Und das ist auch ein bisschen was anderes als im Bereich auf der nationalen Ebene, wo ja auch schon vor allem die praktizierte Politik und die Ereignispolitik im Vordergrund steht und weniger die komplizierten Gesetzesverhandlungen und das Klein-Klein zwischen den Parteien. Also selbst auf nationaler Ebene haben wir den Effekt und auf der EU-Ebene, wo jetzt auch noch die Ereignispolitik weitgehend wegfällt, ist es natürlich nochmal ein deutlicher an. Also da, ja. Wir haben gleich drei Fragen von Gerd Einsmann, die alle in eine ähnliche Richtung gehen. Ich fange mal einfach mit einer Frage an. Und zwar fragt er, ob die Regierungen der EU-Staaten im Aufbau der EU nicht nach wie vor zu viel Gewicht haben. Das ist ja so eine Klassikerfrage, die stelle ich auch immer gerne. Sind die Nationalstaaten nicht in der EU weiterhin einfach zu stark? Kann die EU da überhaupt was dran tun? Was ist da Ihre Meinung? Ja, das sind nach wie vor die starken Akteure. Man muss es so sehen. Und das ist in vielen Bereichen ja eben auch ein echtes Hindernis, was Reformprozesse der EU mit angeht. Ja, es ist eine Meinung, die ich erstmal so teilen würde. Und die Frage, wie man da rauskommt, die ist natürlich überhaupt nicht einfach zu beantworten. Weil eben gerade die kleinen Nationalstaaten auch ja gerade das, ja, also mit kleinen Nationalstaaten ist es dann eben immer die Gefahr, wenn man jetzt nur von der EU-Ebene ausgehen würde und meinetwegen von Stimmverhältnissen von europaweiten Parteien, dass man da als Lettland oder auch als Litauen schnell in der nationalen Form eben auch völlig untergeht. Weil egal, welche Partei da eben jetzt gerade gewählt wird, man selber wird da so wenige Vertreter mit drin haben, dass die eigene Relevanz eben weitgehend schwindet. Und umgekehrt geben die großen Nationalstaaten wie Deutschland, wie Frankreich ihr Schwergewicht natürlich auch ungerne aus der Hand. Also der Weg, sich daraus zu verhandeln aus der Dominanz immer noch der großen Nationalstaaten, den sehe ich leider auch nicht. Also Reform schwierig an der Stelle. absolut. Das kann höchstens über solche Krisenmomente ein Stück weit abverhandelt werden, wie wir es in der Euro-Krise ja auch gesehen haben. Also da haben wir ja auch diese Mechanismen, dass der Permanente Rettungsschirm eingeführt worden ist, über Euro-Bonds zumindest gesprochen wurde, eine Bankenaufsicht ist mit eingeführt. Also es gibt ja durchaus Bewegungen, die in solchen Krisenmomenten dann vonstatten gehen und bei denen sich auch von den größeren Staaten von Parkkompetenzen dann wieder wenn auch Zähne knirschen, trennen. Die dritte Frage von Herrn Einsmann, die zweite bezog sich auf die Reform, bezieht sich, wenn ich sie richtig verstehe, auf den Ausschuss der Regionen, den gibt es auch in der EU, das ist für unsere Zuschauer, das ist ein kleinerer Ausschuss, ist super spannend zu besuchen, wenn man mal zum Tag der offenen Tür in Brüssel ist, kann ich nur empfehlen. Und Herr Einsmann fragt, ob die Regionen, die in Brüssel präsent sind, nicht in der öffentlichen Wahrnehmung untergehen und zu wenig Gewicht haben, also nicht der Blick auf das Nationale, sondern auf die Region und wie die Region profitiert, weil ich glaube, jeder würde zustimmen, wenn ich sage, wir hier in der Städteregion haben einen ganz anderen Bezug zu Europa und zu dem, was Europa tut, als zum Beispiel die Lausitz. Müsste man da nicht auch noch viel genauer hingucken aufs Regionale, aufs Lokale und sagen, das tut die EU ganz konkret hier vor Ort und macht das die EU? Ja, das wäre wunderbar, natürlich. Also auch solche Regionen wie Kehl und Straßburg, die ja eigentlich in der täglichen Praxis schon eine sehr starke Einheit sind, sollten genau als solche dann eben in der Öffentlichkeit auch stärker auftreten, auch gemeinsame Probleme dann eben stärker artikulieren. Und das wäre erstmal die Öffentlichkeitsarbeit an die Kommunen, an die Städte mit runter selber als Aufforderung. Umgekehrt ist aber auch der Blick der Medien, gerade in diese Bereiche natürlich nochmal mit einzufordern. Wir kennen das aus Corona so ein bisschen, wenn wir die gesperrten Grenzübergänge da auf einmal haben, die Arbeitswege über die Grenze auf einmal ein Problem werden. In den Momenten ist die Lebenswirklichkeit, die grenzüberschreitende Lebenswirklichkeit der Menschen, ja in diesen Regionen dann durchaus im Blick. Und das müsste auch in Routinezeiten stärker zum Ausdruck kommen und auch stärker mit Initiativen für Forderungen nach Verbesserung der Lebensumstände nach gemeinsamen Projekten dann vielleicht auch. Das könnte stärker in der Öffentlichkeit sich nochmal niederschlagen. Denken Sie, dass die Medien sich zu sehr auf die negativen und schwierigen Probleme der EU konzentrieren? Das fragt uns Ruth. Ja, das tun sie, aber das tun die Medien bei anderen Bereichen auch. So funktioniert eine Medienlogik. dass eben das Negative, das Konflikthafte, auch was schadhaft ist, jetzt erstmal vorher als erstes berichtet wird, besonders hervorgehoben wird. Das ist jetzt nichts, was man in Medien unbedingt vorwerfen kann, sondern das ist vor allem menschliche Aufmerksamkeitsfunktion. Also wenn ich eine Auswahl an Artikel habe und bei einem steht was mit Unglück und bei anderen steht eine positive Überschrift, dann werde ich auch erstmal das Negative lesen. das ist irgendwie wie unser kognitiver Apparat funktioniert. Das endet eben nicht bei Medien, sondern das sind wir auch selber, weil wir das nachfragen, was an Negativ-Berichterstattung dann mit dabei ist. Ein anonymer Zuschauer oder eine anonyme Zuschauerin fragt dahingehend, was mit, was Sie denken, was mit den sogenannten Influencern in den sozialen Medien ist. die haben ja häufig, klar, die haben ein ökonomisches Interesse, die haben Aufmerksamkeitsinteresse, ich glaube, das ist sehr variabel. Könnte man diese vielleicht nutzen für, oder Influencer als solche für EU-Öffentlichkeit? Gibt es vielleicht auch schon EU-Influencer? Ein richtiger EU-Influencer, weiß ich jetzt nicht, also vielleicht bei der SPD, Timo Wölke könnte man in die Richtung fast mit reinschieben, aber der ist natürlich total parteigebunden. Doch, bei der SPD gab es auch noch, wie hieß sie, Lisa Blauzung oder so ähnlich. Na gut, nein, aber jedenfalls, das wäre ein tragfähiges Modell, absolut. Also im nationalen Bereich sind ja die Parteien auch gerade so ein bisschen daran, in die Richtung zu gehen. Die CSU hat mit diesem Kanal CSU jetzt erstmal ein Angebot gemacht. Auch andere Parteien haben irgendwie ihre Social Media Angebote, bei denen sich dann entweder Politikerinnen und Politiker direkt an das Publikum richten oder bei denen dann eben, ja, erste Ansätze gibt, dass Influencer die Aufgaben mit übernehmen. Aber das wäre tatsächlich ein zeitgemäßer Ansatz, bei dem man ein junges Publikum auch erreichen kann auf den Social Media Kanälen. Es muss dann eben aber auch angepasst sein an die Kultur der Social Media. Also es bringt wenig, wenn ich jetzt 50-jährige Politiker auf YouTube meinetwegen draufsetze und die erzählen ihre Politik, sondern es sollten dann, ja, es sollte die typische Peer-Group-Kommunikation sein, also das Gleichaltige dann eben über die EU mit erzählen und auch die Jugendthemen mit der EU verknüpfen. Also wie sieht es aus mit Themen wie Rassismus, sexuelle Orientierung, mit Nachhaltigkeit, Umweltthemen, also alles, was auf Social Media ja gerade auch besonders populär ist und was die Jugend ja auch größtenteils dann eben beschäftigt. Und da hat die EU ja durchaus ihre Anknüpfungspunkte und könnte die über Influencern eben auch nochmal weiter verbreiten und auch stärker machen. Ich würde gerne auf noch ein anderes Thema eingehen, das Sie in Ihrem Beitrag angesprochen haben, und zwar die Bürgerinnen und Bürger und wie diese sich im Verhältnis zur EU selber sehen. Und ich hatte mich gefragt, oder hatte mir gedacht, dass sich viele Bürgerinnen weiterhin vor allen Dingen als BürgerInnen des Nationalstaates, in dem sie Leben verstehen, auch wenn es selbstverständlich überzeugte Europäerinnen und Europäer gibt. Was kann denn die EU tun, was kann man kommunikativ tun, damit sich vielleicht mehr Leute nicht nur als Deutsche, als Franzose, als Spanier fühlen, sondern bewusst auch sagen, ich bin ein Europäer? Ja, also erst mal ist es ja nicht so, dass sich national und europäische Identität ausschließen würden, sondern ein immer wachsender Anteil an Bürgern und Bürgern sagt, ich bin Franzose und gleichzeitig Europäer und das Europäische kommt dann eben an zweiter Stelle immer noch mal mit hinterher. Gut, ja, ein Problem sind ja eigentlich vor allem nur die Leute, die dann sagen, wir sind ausschließlich Deutsche, ausschließlich Franzosen, die sich dann also abkoppeln, verwehren gegen europäische Zugehörigkeit. Was kann die EU da jetzt stärker tun? Das ist eine ganz große Frage. Das beschäftigt die EU auch, wenn es an die Europawahlen geht und die Wahlbeteiligung so erschütternd gering ist. Ja, im Endeffekt, sie ist darauf angewiesen, dass die EU Zugehörigkeit dann über die Öffentlichkeit auch bewusst gemacht wird den Leuten, dass deutlich wird, was auf EU-Ebene passiert, was europäisch passiert, das betrifft auch mein Leben und was in Frankreich oder in Niederlanden passiert, ist eben nicht nur ein rein holländisches und französisches Ereignis, sondern ist eins, was über die gemeinsamen Vernetzungen zwischen den Ländern auch das eigene Leben hier in Deutschland damit betrifft. Also diese Vernetzungen müssten stärker kommuniziert werden, die Tendenzen sind ja da, dass das auch passiert und die großen Krisenereignisse, die tragen auch mit dazu bei, dass das nochmal größer lebe und deutlich auf Augen tritt. Robert fragt uns in diesem Zusammenhang, wie bewerten Sie Entscheidungen und Krisen der Europäischen Union im Hinblick auf die Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls der Bürger in Europa? Welchen einen Teil haben die Medien da dran? Also da würde ich mich jetzt tatsächlich eher auf dieses Thema Krise konzentrieren und dann meine Frage daran anschließend stärken gemeinsame Krisen das europäische Zusammengehörigkeitsgefühl? Ja, es gibt ja immer diesen berühmten Ausspruch, dass Krisen Europa stärker machen. Man sollte sich vielleicht nicht so sehr darauf verlassen, dass das immer so ist, aber größtenteils war es zumindest, was die Integration angeht, so im Rahmen der Euro-Krise hat man erst mal auf Höhepunkten der Krisen auch in vielen Ländern einen Einbruch der Zugehörigkeitsgefühle der Menschen erlebt, weil auch Erschütterung da war, meinetwegen, dass die EU einerseits eben nicht als solidarisch erlebt worden ist, andererseits aber als zu solidarisch, dass sie erlebt wurde als hier verkaufen wir unsere demokratischen Werte, indem da meinetwegen Expertenregierungen in Griechenland oder in anderen Ländern auf den Plan gerufen wurde und die Länder dann eben auch ihrer Selbstständigkeit zumindest ein Stück weit ihre Einschränkungen erleben mussten. Also das sind Momente gewesen, da gehen die Zugehörigkeitsgefühle dann erst mal in der Krise, im Krisenmoment doch wieder runter, auch in der Corona-Krise. In Italien sind die Zahlen der Zustimmung zur EU als Italien das Dilemma hatte und die EU nicht sofort helfen konnte. Die Zahlen sind dramatisch eingebrochen. Aber in der Regel bleibt es nicht da, sondern nach der Krise gibt es dann eben auch wieder einen Aufschwung an Zugehörigkeitsgefühlen und mit dem gemeinsamen Überwinden der Krise. Da vor allem besteht auch die große Chance, dass die Zugehörigkeitsgefühle zur EU dann länderübergreifend auch wieder gut und sogar besser werden. Gerade in Bezug jetzt auf die Corona-Krise, da war ja Anfang des Jahres beziehungsweise Ende letzten Jahres, als es um die Beschaffung des Impfstoffes ging, ist ja sehr, sehr viel Schimpf und Schande über die EU ausgebreitet worden. War das in Ihren Augen berechtigt oder war das wieder klassische Sündenbock-Suche und Sündenbock-Mentalität, vielleicht vor allen Dingen auf deutscher Seite? Naja, es war sicherlich beides. Also die nationale Politik steht unter immensen Druck bei der Frage, dass sie eben auch schnell liefern und da liegt es sehr nahe, dann eben auch Verantwortung an die EU eben damit abzugeben. Also auch die Aussprüche des Impf-Basars oder die Befürchtungen oder Vorwürfe, man hätte nicht genug Impfstoff bekommen, wie das aus Österreich nur auch gerade zu hören war und von anderen Ländern so überhaupt nicht geteilt wurde in der österreichischen Einschätzung. Das sind dann schon Anzeichen dafür, dass dann eben auch eine Schuldzuweisung an die EU vielleicht nicht immer unbedingt auch wirklich fundiert ist. Gleichzeitig muss man schon sagen, die EU hatte bisher nicht die Kompetenzen in dem Gesundheitsbereich, hat auch nicht die Erfahrung in den Verhandlungen mit Pharmaindustrie Konzernen und auch immer das Problem, dass sie mit einem Budget arbeiten muss, dass die Nationalstaaten ja abnicken. Also so groß ist der eigene Spielraum, jetzt den großen Wurf zu machen, eben dann auch wieder nicht, sondern da ist die Kommission wahnsinnig abhängig von dem, was die Nationalstaaten ihr eben auch erlauben und was in den Verhandlungen zwischen den Ländern mit rausgekommen ist. Und da muss man eben auch sagen, bei allem, wobei die Regierung sich dann eben beschweren und gegen die EU schimpfen, im Europäischen Rat, da sitzen sie selber dann wieder mit am Tisch und bestimmen den Spielraum, den die Kommission dann eben auch hat. Gerhard Einsmann fragt uns, wieso hält sich die mehr, das passt in diesen Bereich rein, wieso hält sich die mehr von der übergroßen Bürokratie der EU, die es in seinen Augen so gar nicht gibt, so hartnäckig. Also ich denke da an so Sachen wie diese legendäre Gurkenverordnung, die es ja schon seit Jahren nicht mehr gibt, ich glaube schon seit Jahrzehnten mittlerweile nicht mehr und die immer noch hergehalten wird, hier, das ist die EU so bürokratisch, die bestimmen, welche Krümmungsgrad unsere Gurken haben möchte, wieso hält sich sowas? Soweit ich weiß, weil der Handel über die Gurkenkrümmung oder die Gurkenregelung eigentlich immer ganz erfreut, weil das ja auch eine Möglichkeit war, die Effizienz zu transportieren und zu lagern. Genau, es ging darum, der Handel wollte, dass in diesen klassischen Gemüsekisten nur für unsere Zuhörerinnen, wie man sich das nochmal vorstellt, die haben hier so genormte Größe und der Handel wollte, dass in diese Kisten quasi immer die gleiche Anzahl an Gurken reinpassten, das tut es halt nur, wenn die Gurken eine bestimmte Normgröße haben, ich wollte sie da nicht unterbrechen, nur dann wissen die Zuschauer, wovon wir reden. Ja, aber das ist im Grunde eine Phase der EU, in der sie vor allem die Wirtschaftsgemeinschaft eben auch gewesen ist und in der vor allem dann die technokratischen Prozesse abgelaufen sind. Also wenn die EU keine große Ereignispolitik betreiben kann, also nicht öffentlichkeitswirksam mit großen Plänen auftreten kann, nicht die großen Entscheidungen verkünden kann, sondern es vor allem eben Verhandlungsprozesse und Prozeduren sind, die das europäische Tagesgeschäft mit ausmachen, Verhandlungen über Gesetzestexte, die dann eben zu den einzelnen Ländern auch passen müssen, was ein wahnsinnig kompliziertes Geschäft ist und bei dem es dann eben auch die Kompromisse im kleinsten Detail dann braucht. Dann kommt auch so etwas wie die Gurkenverordnung als das Einzige, was auf einmal berichtenswert ist über die EU an die große Glocke, weil eben die großen aufmerksamkeitserregenden Events daneben bei der EU so selten da sind. Aber das ist inzwischen ja auch deutlich mehr geworden. Aber wenn Stereotyp erstmal gesetzt ist, dann wird man natürlich auch schwer wieder los. In dem Zusammenhang fragt Gerd Einsmann weiter, sind nicht sogar einige EU-skeptische Regierungen und nationale Parteien für das EU-Bashing verantwortlich? Also sind die diejenigen, die eigentlich draufschlagen? Und er fragt, wie man dies außer über eine europäische Öffentlichkeit via der Medien überhaupt verändern könnte oder kann man das überhaupt verändern oder verhindern? Ja, wie wird man Populismus los? Das geht nur durch laute Gegenräder und die muss in der Öffentlichkeit stattfinden. Da sind jetzt die Medien nicht nur gefragt, sondern eben auch alle anderen Akteure, also auch alle anderen Parteien, die ja auch immer vor der Option stehen, sich einerseits den Kritikpunkten anzuschließen, weil es gerade opportun ist und die populistischen Parteien damit eben auch Erfolge haben und von EU eben keine Strafe zu erwarten ist oder eben vielleicht einen etwas unpopulären Weg anzutreten und die EU-Kritik zu kontern. Die Optionen haben jetzt die Parteien erst mal und die Journalisten sehr ähnlich, also populistische Kritik an Europa, die erst mal sehr einfach ist, weil Brüssel dafür auch den Stoff ein Stück weit mit bereitstellt, gerade da es eben wahnsinnig elitär ist, wahnsinnig technokratisch und in vielen Bereichen dann eben auch nicht so richtig durchsichtig. Es ist ja gerade der Stoff, aus dem Populismus auch gemacht ist. Die Kritik, wir sind das wahre Volk und die da oben macht irgendwas, verfolgen Eigeninteressen und verfolgen aber keine legitime Politik. Und da hat Brüssel so ein paar strukturelle Schwachstellen, die vom Populismus dann eben ausgenutzt werden können. Und auch der Journalismus muss sich dann eben auch entscheiden, den populistischen Kritikern nicht mehr die ganz großen Schlagzeilen vielleicht zu geben, wobei es der medialen Logik voll und ganz entspricht, darüber zu berichten, sondern hier dann eben auch in den eigenen Überschriften ein Stück weit zurückzufahren, zu Lasten des Publikumsinteresses dann wieder. Ja, das ist ein ganz großes Thema für den Journalismus auch darüber nachzudenken, wie generiere ich Aufmerksamkeit in Online-Medien, in Social Media, auf Facebook, auf Instagram. Deshalb findet man quasi jedes größere Medienunternehmen auch überall auf diesen Kanälen. Ich hatte, genau, genau, ich hatte mich gefragt, wie geht man denn damit um, wenn einem selber so ein populistischer, so ein populistische Aussagen entgegenschlagen, wenn es heißt, die EU ist ein, ist ein Elitenprojekt, die EU interessiert sich nicht für den kleinen Bürger, die EU kostet uns als Deutsche, was ja nicht stimmt, mehr Geld, als sie uns einbringt. Ist es dann sinnvoll, ist es dann sinnvoll, Gegenrede zu halten als Bürger? Was finden, das finden Sie gerade so im Social Media Bereich oder stößt das eigentlich auf taube Ohren? Ja, mit der direkten Gegenrede, man hat sehr häufig den Effekt, dass es eine sich selbst verstärkende Polarisierung dann ist. Also gerade im Social Media Bereich hat man dann These und Gegenthese mit dabei, die beide sehr extremen Positionen häufig eben vertreten, dazwischen findet wenig statt und die über weitere Diskussionsteilnehmer dann auch ihren entsprechenden Zuspruch findet. Hilfreich kann es sein, dann eben die Position auch zu hinterfragen, also vielleicht einfach die Fragen zu stellen, woher weißt du denn das, was du da äußerst? Oder eben auf Details ein bisschen ja mehr Futter für die Thesen als Beleg dann eben auch mit einzufordern. Und an der Stelle bricht dann eben sehr viel auch schnell in sich zusammen. Das gilt ja für die meisten populistischen Bereiche, wenn man die Gegenfrage stellt, woher hast du das, kommt meist nicht viel. Gerd Einsmann fragt in dem Zusammenhang eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Und zwar fragt er nach der Deutungshöheit. Wer denn die Deutungshöheit hat? Der Regierungschef einer Partei, der Fraktionschef derselben Parteigruppe im EU-Parlament. Gibt es da sowas überhaupt? Wer entscheidet, was die EU sozusagen über sich selber berichtet? Also, was sie berichtet in der Öffentlichkeitsarbeit jetzt vor allem, das sind eigentlich auch eine Vielzahl von Akteuren. Also die Kommission hat natürlich ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit erst mal. Das ist das, was, ist ein großer Presseapparat, der dann erst mal viel Funktion mit einnimmt. Das Parlament, da hat jede einzelne Partei auch ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit. Welche Person der jetzt im Einzelnen genau verantwortlich ist, da muss ich jetzt allerdings aufpassen, ob der Fraktionsvorsitzende oder der Parteichef dann jeweils das große Sagen hat. Das ist wahrscheinlich bei den Parteien auch erst mal so einigermaßen und kämpft. Ich glaube nicht, dass es da jetzt ganz klare Zuständigkeit gibt. Das ist der Politiker, die Politikerin, die sagen kann, was dann eben an die Presse geschickt wird. Und in letzter Instanz ist die Presse natürlich in Brüssel selber auch als Beobachterin tätig. Also man hat ja da auch Journalisten, die sich Sitzungen angucken und anhören und dann berichten, was in diesen Sitzungen passiert ist. Das muss man natürlich an der Stelle auch mal sagen. Da wir noch zehn Minuten laut Zeitplan haben, würde ich gerne noch mal unsere Zuschauer bitten, wenn sie noch Fragen haben, schreiben sie diese jetzt gerne noch mal in das F&A rein. Dann können wir die noch beantworten. Ich muss mich mal eben durch meine eigenen Notizen hier wühlen. Denken Sie, dass es eine Möglichkeit gibt, diese nationale Brille, die die Medien haben, zu verändern? Also weg von der nationalen Ebene hin zu einer transnationalen Ebene oder eben zu besagter regionaler Ebene zu sagen, das gilt für unsere Region nicht nur in Deutschland, sondern in unserem Fall die Euregio Maas Rhein. Nein, denke ich, ist schwierig und ist vielleicht auch gar nicht mal unbedingt so gewollt. Es geht ja immer noch darum, dass das Leben vor Ort auch mit Europa in Verbindung gebracht werden kann, dass da eine Konsistenz hergestellt wird, auch über die Medienberichterstattung. Und da ist es wichtig, dass die nationale Perspektive, auch die regionale Perspektive, die ja für die Leute eben auch die direkte Betroffenheit jetzt erstmal ist, die allererste Betroffenheit, gerade was den Wohnort angeht, dass das jetzt nicht verloren geht oder sich auflöst in einer ganzheitlichen europäischen Perspektive. Das würde ja nur dazu führen, dass sich die Leute überhaupt nicht mehr betroffen fühlen und sich aus dem Mediendiskurs dann ausklingen. Aber wichtig wäre es eben, dass auch die regionalen und die nationalen Medien mehr und mehr, das tun sie ja auch, die europäische Perspektive mitdenken. Also das regional, das national mit der europäischen Perspektive verbinden und bei Ereignissen vor Ort dann eben auch dazu erzählen, was ist eigentlich der europäische Grund dafür, dass hier gerade Brücken gebaut werden oder dass sich die Infrastruktur verbessert oder vielleicht auch verschlechtert in manchen Fällen. Also, dass man die Wechselwirkung zwischen Region und Europa dann eben auch permanent im Hinterkopf Da kann ich auch nur an unsere Zuschauer appellieren, wenn sie Bauprojekte sehen, schauen sie mal auf die großen Schilder, das steht häufig dran, wenn die von der EU mit subventioniert worden sind oder auch gerade so im Bereich Wanderwege und Infostände und Naturschutz ist auch ganz, ganz häufig die EU Mitfinanzierer und es gibt im Übrigen im Internet eine Seite, ich glaube, die heißt What does the EU for me, was tut die EU für mich die finden sie auch, wenn sie die auf Deutsch suchen und da stellt die EU ganz konkret vor, was in unserer Region, also in der Region, in der Sie leben, in der wir leben, die EU tatsächlich tut. Da gibt es auch einen speziellen Reiter für Aachen, da gibt es einen für Düren, da gibt es einen für den Kreis Heinsberg, da kann man sich mal durchklicken und sich angucken, was da so passiert, das ist eigentlich eine schöne Sache. Ein anonymer Zuschauerin fragt, was schafft einen umfassenden EU-Blick bei Bürgerinnen und Bürgern, doch am ehesten persönliche Begegnung mit anderen Kulturen und Sprachen. Also sollte in ihren Augen oder seinen Augen das Erasmus-Programm zum Beispiel verstärkt werden, was könnte man denn noch tun? Ja, also Erasmus ist ein wahnsinniger Triebkraft für europäische Öffentlichkeit, das würde ich ganz genauso sehen und die Begegnung, naja gut, im Moment ist es ein bisschen schwierig mit den Begegnungen, aber das ist nicht schuld der EU-Ausnahmsweise. Genau, also man könnte versuchen natürlich auf Schulebene auch nochmal stärker den europäischen Austausch mit anzuregen und auch in anderen Gesellschaftsbereichen. Also wir haben mit Erasmus auch immer die einigermaßen gut ausgebildeten mit dabei, die dann durch Europa geschickt werden in ihrem Studium. Was ist denn mit denen, die ihre Lehre machen beispielsweise oder die direkt anfangen zu arbeiten, also diesen Schritt ins Studium eigentlich überhaupt nicht machen. Für die bräuchte es dann auch nochmal Parallele und ähnliche Angebote. Und vermutlich auch für später dann Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel Austausch im Rahmen des Erasmus-Programms zwischen Journalisten, zwischen Ärzten, zwischen Wissenschaftlern ganz klar, aber auch zwischen klassischen Handwerkern da viel Einfluss haben könnte, zu gucken, wie arbeiten andere Leute und mit diesen in Kontakt zu treten. Eine letzte Frage habe ich noch ausstehen und zwar nochmal von Gerd Einsmann, der sich nochmal auf das Thema Bürokratie gestürzt hat und fragt, ob nicht vielfach die Umsetzungsbürokratie der Mitgliedstaaten ein Problem in der Kommunikation der EU ist. Also dass gar nicht so sehr die EU das bürokratische Element ist, sondern dann die Frage, wie setzt der Nationalstaat den Beschluss der EU jetzt konkret um? Ja, das spielt sicherlich vielerorts auch mit rein, Jan, also dass eben EU-Regelungen dann genommen werden und durch die Umsetzung in der im nationalstarken Absurdum geführt werden. Ich meine, mit den Glaskontainern gab es das, dass in einigen Ländern, dass man da von der EU-Ebene das Gebot hatte, man muss die Glasfarben dann eben auch trennen und in einigen Ländern wurden dann die Container aufgestellt, wo alles in den gleichen Behälter wieder reinfließt, aber oben unterschiedliche Einwurfschichten hat. Also da ist dann natürlich die Regelung zwar umgesetzt, aber in der Umsetzung einfach Quatsch und Brüssel sieht blöd aus, wenn rauskommt, das ist auf Druck von Brüssel dann eben so umgesetzt worden, jetzt als total profanes Beispiel. Bei anderen Sachen ist es dann natürlich auch die Verschleppung von Umsetzungen auf nationalstaatlicher Ebene, was der EU dann in der Öffentlichkeit möglicherweise in eben fälschlicher Weise als Versagen zugeordnet wird. Ja, die Fälle gibt es natürlich. Und ich würde gerne mit der Frage enden, was denken Sie denn? Wird über lang, also jetzt über einen längeren Zeitraum gedacht, die nächsten 15 Jahre, die Kommunikation da der EU besser werden, wird sie positiver werden oder wird sie auch in 10 Jahren, 15 Jahren immer noch mit den gleichen Problemen kämpfen wie jetzt mit dem, ich benutze mal dieses Wort, mit dem Bashing durch Nationalstaaten die sich vielleicht davon erhoffen, die Schuld von sich selber wegschieben zu können. Ich denke schon, dass die EU auch weiterhin in den nächsten 15 Jahren mit dem Problem unterschiedlicher nationaler Identitäten und kultureller Resonanzböden dann eben zu kämpfen hat und eben nicht mit jedem Nationalstaat auf gleiche Weise konfliktfrei kommunizieren kann. Ich denke auch, dass die EU weiterhin mit negativer Berichterstattung zu kämpfen haben wird und alles andere wäre ja auch fatal. Wir wollen ja keine kritikfreie Öffentlichkeit, aber es sollte eben nicht unbedingt das Bashing sein, es muss nicht immer gleich das ganze System infrage gestellt werden, sondern es sollte eine kritisch kontrollierende Öffentlichkeit sein und ich glaube schon, dass die EU da in der nächsten Zeit auch Entwicklungen machen wird, schlicht und ergreifend, weil sie muss. Der Druck vom Parlament ist da und ja, die politischen Kompetenzen, die werden auch weiterhin vielleicht mit Konflikten, vielleicht auch noch schrittweise, aber sie werden weiter wachsen und das erfordert dann eben auch die Legitimität einer demokratischen Öffentlichkeit. Die EU kommt nicht darum herum, so ein bisschen mehr Transparenz dann eben auch zuzulassen, sich personenwirksamer, ereigniswirksamer eben auch selbst aufzustellen und dann Medienlogiken mit zu bedienen. Vielen Dank, Herr Lichtenstein für das Gespräch, vielen Dank an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer für die Aufmerksamkeit für unseren heutigen Abend. Ich erinnere nochmal an unsere nächste Veranstaltung am 8.6. der Lobby-Dschungel in Brüssel wieder um 19 Uhr dann mit Pia Eberhardt vom Corporate Europe Observatory CEO. Ich hoffe, Sie haben bis dahin eine gute Zeit und freue mich, wenn wir Sie dann an diesem Abend wieder begrüßen können. Vielen herzlichen Dank. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank. Schönen Abend.